Guten Morgen Jensi-Fans! Bevor die Seen und Teiche alle zufrieren, dachte ich mir, ich fahre heute noch mal los. Und zwar haben wir schon gemerkt, die Hechte beißen sehr vorsichtig im Moment. Deshalb eine Route, mit der wir wirklich ganz fein angeln können und vielleicht trotzdem den Anschlag setzen können vernünftig. Heute mit dabei die neue Experanza Spin & Jig. Ganz feine, klasse Route, wie gemacht fürs Dropshot-Angeln. Dabei auch die Nexos 2.5 und eine Montage ohne Blei. Stahlvorfach, beziehungsweise hier haben wir jetzt keinen Stahl, sondern Hartmono. Und dann einfach nur ein kleines Fischchen. Ja, und damit wollen wir die Hechte überlisten. Also die Route hat eine sehr, sehr, sehr feine Spitze. Wurfgewicht, jetzt müssen wir überlegen, 2 bis 12 Gramm. Also das ist wenig. Um einen Köder leicht zu bewegen, perfekt. Um den Anhieb zu setzen, vielleicht nicht ganz so perfekt. Wir werden sehen. Aber die Montage ist auch einfach. Also ich habe vor die geflochtene 0,9er nochmal eine 25er Dega Zentron Mono davor geknallt. Und dann eben das Hartmono Vorfach mit dem relativ großen Dropshot Haken, Offset Haken. Und dann werde ich den Fisch ganz leicht im Wasser anbieten. Vielleicht bringt es den Fisch. Wir schauen. Ja, das Angeln ist etwas erschwert heute. Ihr hört es, ihr seht es. Hier ist Eis. Gewässer zugefroren. Jetzt müssen wir eine Lücke suchen. Shit. So, hinter mir seht ihr jetzt einen Teil freies Wasser. Und ich hoffe, dass wir dort jetzt dann den einzigen Hecht, den wir angeln können, erwischt. Naja, es ist nicht viel Wasserfläche da. Also wir probieren es. Köder ist fertig. Der Hauptshot Haken ist montiert. Ausrüstung ist da. Und jetzt probieren wir es. Ausrüstung ist da. Und jetzt probieren wir es. Untertitelung. BR 2018 Wir wollen noch nicht, aber es wird einen geben. Ich hab's im Gefühl. Untertitelung. BR 2018 Ja, liebe Jensi-Fans. Da ist er. Wir haben's geschafft. Mit der feinen, rote, feine Montage Finesse-Fishing. Oh Gott, was für ein Brocken. Da ist er. Ja, keine Ahnung. Gute 90 hat er. Ich schätze fünf bis sieben Kilo. Absolut schöner Fisch. So. Erfolgreich auf Hecht. Mit unserer ultrafeinen Kombo. Und ihr seht, dass die Experanza Spin Jig mit einem Wurfgewicht von zwei bis zwölf Gramm an den entsprechenden Gewässern im Winter beim Dropshotten richtig erfolgreich ist. Und ihr könnt auch große Fische mit dieser Kombo austrähen. Petri mal. Ja, danke. Musik. 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 Musik.